Das Wasser steht uns bis zum Hals. Wir sind im Körper geboren, die passen oder nicht. Wir haben eine Haut, die dicht hält oder durchlässig ist für Wasser oder Hoffnung und die ist gut oder schlechter. Ich habe meine Rede flüssig gebettet in die Badewanne. Das steht für Sammlung, Atmung, feuchte Luft, aber auch für das Ringen mit bedampften Spiegeln, die nichts von uns zeigen wollen. Wir haben Merkmale, die uns Pronomen aufdrängen, sie, ihr und finden das selbstverständlich oder ungerecht. Wir haben Haare, die uns bewachsen und hegen sie oder märzen sie aus. Wir sind dunkle Erdteile oder wollen uns offen und hell. Schäumendes Wasser wird gemeinhin nicht als gesund angesehen. Dieses hier aber duftet fein, schmiegt sich in zerbrechlichen Blasen um mich. Der Badewannenrand, eine frühkindliche Erinnerung ans Emai, die Schutzschicht, die sie auskleidet, denn die Kindheit erodiert bekanntlich so leicht. Was alles eindringt über diese Poren und was nicht und wie unvorstellbar es ist, einen Körper zu haben, der dicht hält, der sich abgrenzt gegenüber allem, was außen ist. So wie ich es gerade tue, mich in die Wanne zurückgezogen habe, die Tür verschlossen vor dem Alltag. Mit Lippenstift habe ich auf den Spiegel geschrieben. Das Bad gilt nicht als Zimmer für sich allein. Hier finden keine Kopfsprünge statt. Oder doch? Wir sehen zu, dass die Unebenheiten unserer gegenderten Lebensläufe vom Wasser rund geschliffen werden, auf das wir uns besser einpassen in die Anforderungen rundum. Wir haben Möglichkeiten oder keine. Wir putzen unsere Waschbecken oder lassen das tun. Wir sind ausgebildet, mehr oder weniger. Wir sind festgeschrieben auf die Verrichtungen, die unserem Geschlecht zu Gesicht stehen oder gehen den harten Weg und scheren uns nicht darum. Wir sind hartnäckig, behaupten uns oder nachgiebig, weil uns das passt. Wir sind gesellig oder leben zurückgezogen, weil wir uns derart öfter begegnen. Wir sind sorgend und berechtigt. Wir sind alleinerziehend oder teilen die Sorge. Wir sind mitunter schlechte Mütter. Und das Wasser steht uns bis zum Hals, denn die Zeit ist nie richtig, um Kinder zu kriegen, um Karriere zu machen oder auch nur angemessene Honorarforderungen zu stellen, um auf eine Bühne zu treten, um sich von Ehrungen gemein zu fühlen, ohne sich immer darauf vorzubereiten, notfalls schnell vor dem Rampenlicht abzutauchen, atemlos. Das Bleiben geschehe, auf die Gefahr hingesehen zu werden. Als lebendiger Beweis angeführt zu werden, sollte das Getue um das schwache Geschlecht sich als Märchen herausstellen, dass keiner Ammer je gerecht wurde. Wir menstruieren und sprechen nicht davon. Oder wir bluten gepolsterte Stühle in Bankfilialen voll und schämen uns dafür nicht. Gletscher schmelzen dahin und wir verschulden die steigenden Pegel nicht allein. Noch verschulden wir die fragile Verfassung unserer Gesellschaft, noch Erwerbsunterbrechungen und Lohnungerechtigkeit, die uns als Grundrückerinnen diffamiert. Aber wir verschulden uns tagtäglich, daher auch die Stühle in den Bankfilialen, auf denen wir sitzen, wenn wir davon unterrichtet werden, wie es um uns steht, während wir den Hund draußen an der Leine lassen mussten. Und ehrlich, abgesehen von etwaiger Beschämung sehe ich keinen Grund dafür, dass mein Hund nicht mit in die Bank darf, außer den, dass ich keinen habe. Es wird uns dort gesprochen von unserer Situation. Das meint Zahlen wie Teil- und Elternzeiten. Die Ungleichheit schreibt sich fort in eine gemeingefährdende Zahlenmystik. 31 Grad hat das Badewasser, weit mehr Tage im Jahr arbeiten Frauen unbezahlt. Und kürzlich waren es auch 31 vorhergesagte Jahre, bis die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern bestünde, wenn es so weitergeht. Dabei ist nur eines sicher, dass es so nicht weitergeht. Das Wasser steht uns bis zum Hals und wir Frauen baden das aus. All das, um unsere Kinder nicht mit auszuschütten. Die Inneren wie die Tatsächlichen. Keine Wanne dicht genug, kein Hund groß genug, um all das Verschüttete aufzulecken. Es gilt etwas aufzubringen, gegen die großen Erzählungen. In ihnen kommen keine Einkommensscheren vor, keine Überziehungszinsen, kein Kinderbetreuungsnotstand und nur wenige wartende Hunde vor Bankfilialen. Deshalb dürfen wir nicht aufhören zu sprechen vom Klaffen der Schere, vom Lohn, der verdient ist. Denn auch ein Schweigen kann eitel sein. Und eine nicht gehaltene Rede kann den Triumph nicht übertünchen, der heute noch über unsere vermeintliche Schwäche empfunden wird. Früher sagten sie uns, wir dürften ja immerhin die schönen Dinge tun, in Süßwarenfabriken, in Webereien und müssten überdies nicht so viel kriegen, da wir weder Alkohol trinken noch rauchen würden. Es stimmt schon, wir haben in vielerlei Hinsicht aufgeholt. Wir haben artig die Bogen geglättet und Haken angebracht an der Geschlechterordnung. Gemacht auch, damit wir weiterhin unsere Hunde, die Existenten und die Erfundenen vor Bankfilialen anhängen, damit sie die geordneten Geschäfte darin nicht stören. Umschulden, sagt der Bankberater, doch ins Wasser lässt sich nichts einfielen. Excel-Tabellen haben in Badeschaum keinerlei Bestand. Diese Art von Geld zu sprechen ist der beste Beleg dafür, dass viele unserer Handlungen uns vor den Weltuntergängen bewahren sollen, die sie provozieren. Und dass wir damit allein deswegen durchkommen, weil unsere gesellschaftliche Verfassung dermaßen porös ist, dass wir bald alle untergehen. Das einzige Wir, von dem wir noch sprechen können, ist eines, das sich schuldig gemacht hat. Und es ist ganz einerlei, welchen Anteil wir Frauen daran haben. Wir müssen etwas tun, und zwar alle gemeinsam. Die verblüffelnde Ähnlichkeit der meisten anstehenden Aufgaben sollte uns mahnen. Wir müssen uns auf Wasserknappheit einstellen, eilig unsere desertierten Ideen begießen, auf das etwas daraus sprieße, das ein wenig mehr als ein bloßes Überleben wäre. Das Wasser steht uns Frauen bis zum Hals und dennoch ist eine nie richtig mit sich, außer vielleicht in der Badewanne, wo sie sich selbst versunken, bestens einstimmen kann, aufs Versinken. Im Unterschied zu anderen kann ich immerhin in einer Badewanne liegen, in einem privaten Raum, der in diesem Moment mir gehört. Der Alltag wartet draußen vor der Tür wie ein Hund an der Leine vor der Bankfiliale. Es mag beschämend sein, selbst wenn ich sein Winsel nicht höre, mir nur vorstelle, wie Vorbeikommende ihn manchmal füttern oder streichen. Doch nicht eine jede hat Sorgen dieser Güte. Eine manche hat überhaupt nur private, keine öffentlichen Räume, in denen sie sich frei bewegen darf. Auf Parkbänken liegen bei uns Frauen ausgestreckt und lesen in einem Buch. Es gibt Länder, heute noch Länder, wo ihr das nicht gestattet wäre, in der Öffentlichkeit zu liegen, als Frau. Im Iran wird das geerntet. Und jetzt könnte ich sagen, aus meinem wohltemperierten Badewasserhaus, sagen, dass das aber, naja, da ist das doch weit weg und was das mit uns. Und dass diese Frauen nicht nur keine Termine in Bankfilialen, sondern nicht einmal Hunde haben dürfen. Und es daher eindeutig nicht unsere Welt, als ob das Wasser, das uns dort bis zum Hals steht, ein anderes wäre, als ob die Weltmeere nicht erdumspannend wären und ein steigender Pegel daher. Ich liege entspannt hier im Wasser warm und weiß, wo sich Narration und Wirklichkeit treffen. Da findet sich keine Ruhe, niemals. Ein Bad gilt nicht als Zimmer für sich allein. Und doch sind unsere Probleme wie diese Verfilzungen, die das Wasser brauchen, um zu entstehen und die sich allein im Wasser wieder aufdröseln lassen. Wäre der Hund beim Gespräche der Bank an meiner Seite gewesen, es wäre anders verlaufen. Vielleicht hätte er den Bankberater gebissen oder zumindest sehr eindringlich angeschaut, um die starre Ordnung zu stören und meine Kontobewegungen zu verflüssigen. Sobald ich aus der Wange gestiegen bin, wäre ich beginnen mit einem flammenden Plädoyer für das Mitführen von Hunden in Bankfilialen. Denn das Wasser steht uns längst bis zum Hals.